Heute sind der Fleck und ich die kleine Fliege besuchen gegangen. Die kleine Fliege sieht aus wie ein kleines Dackelchen und ist vor zwei Wochen von der Susanne gefunden worden. Und darf hier bei der Marlene auf der Finca wohnen. Die hatte schon beim Finden ein bisschen gehinkt mit den Beinen und wir haben gedacht, ach Gott, das gibt sich wieder. Und jetzt haben wir doch ein Röntgenbild machen lassen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Kniescheibe draußen ist. Und sie kann nicht wieder rein... Guck mal, der springt davon. Der andere ist die Fliege. Also hier zur Hauptperson, die Fliege. Ist die Kniescheibe rausgesprungen und man kann sie also auch per Hand nicht mehr reindrücken. Das heißt, es muss operiert werden. Wir haben hier mit dem Tierarzt gesprochen und er würde uns die Operation inklusive der Kastration für 350 Euro machen. Jetzt möchte ich gerne die Gruppenmitglieder bitten und um ihr OK bitten, dass wir diese Operation von der Gruppe Charity übernehmen können. Setz doch mal die Fliege auf den Boden. Mal schauen, dass man das sehen kann, wie das Beinchen aussieht. Also das ist hier das hintere Beinchen und... Schau mal da, das kann sie gar nicht. Das linke hintere Beinchen ist es. Schau, da tut sie sofort sich hinlegen und geht überhaupt nicht mehr weiter. Ich zeige mal gerade das Gesichtchen, weil die Fliege sucht nämlich danach, nach der Operation, auch ein neues Zuhause. Ist ein ganz, ganz lieber Hund und ich bitte euch sehr, dass sie mir das OK gibt, dass ich... Oh Gott, guck doch mal da! Dass ich das Restgeld verwenden darf, beziehungsweise einen Teil des noch vorhandenen Geldes verwenden darf, für die Operation von dem kleinen Mädchen. Oh Gott, guck doch mal das Gesicht, da kann doch keiner widerstehen. Also, bitte eure Meldungen. Dankeschön!